Was glaubst du denn, wenn sich seit zwei Jahren um Frede Stiftung für die Opfer des Börsencrashs aus seinem Jachtclub kümmert? Nur weil ich einen wohlhabenden Mann gerade... Es waren drei wohlhabende Männer. Papa hatte auch zwei Frauen. Weil die erste ihn wegen eines Dattel-Importeurs verlassen hat. Da hat er doch schon seit zwei Jahren ein Verhältnis mit seiner um 30 Jahre jungen Zugefrau. Lass meine Mutter aus dem Spiel. In der hatte meine Mutter den Mut, ihr Leben zu ändern, anstatt sich umzubringen. Das Haus in der Schweiz, hat er das eigentlich vermietet? Wenn du damit andeutest, dass du mit deinem Winkeladvokaten dort einziehen willst, dann vergiss es. Freddy wird mich verlassen. Oder ich ihn. Ach, was spielt das schon für eine Rolle? Ich wette, Nummer vier steht bereits auf der Matte. Weißt du, ich hätte mir das damals schon denken sollen, als ich mir diesen billigen Verlogensring schenkte. Du meinst nur das Silber, der läuft doch schon an. So was kann ich mir doch in jedem Ramschladen kaufen, und zwar Silber. Ich bin mir da im Platz im ersten Schritt, darf ich mich Ihnen festen. Ja. Ich bin mir da. Was Does It Mean to Be Bus? Hi, there. Hi. Can I ask you a question? Sure. Musik